hallo und herzlich willkommen zurück zu life is strange den dritten teil der reihe vor einiger zeit haben wir ja den zweiten teil out of time gespielt und ich bin jetzt mega gespannt wie es weitergeht im dritten teil wir haben ja gesehen dass max der chloe ihre kraft gezeigt hat also besser gesagt chloe wurde er sehen wie das mit ihrer kraft läuft weil die jetzt die folgen jetzt noch nicht gesehen haben spoiler alarm und wir haben versucht also wir haben die kate gewahrt vom selbstmord an ihrer schule was für mich ehrlich gesagt ein großer erfolg ist da ist nicht so leicht ist solche personen davon abzuhalten ja wir katschen mal nicht viel und fangen einfach mit dem dritten teil an und fangen jetzt einfach an mit der dritten episode chaos theory oder chaos theorie und wünsche euch viel spaß und genießt es einfach wir fangen dann einfach mal an live is strange ist ein spiel in dem alle deine entscheidungen wichtig sind wenn du die personen nicht in reihenfolge spielst werden entscheidungen zufällig für dich generiert für das beste erlebnis spiele bitte jede episode der reihe nach das machen wir doch ich wünsche euch viel spaß war zusehen in the previous episodes of life is strange little pieces of time i think it's awesome you said a tongue record on video you're going to be sorry someday and there she is how are you doing max hi joyce i am so sorry about william i have great memories of him that was his gift to us wonderful memories let's talk about your superpower hey stelman louise you're my business now that's rachel's bracelet why the fuck are you wearing her bracelet you want me to cut you bitch please step back you're kidding put that down get me out of here max nobody cares about me nobody what are you doing here max now i know today was difficult for everybody miss coffee why exactly were you on the route with kate marsh please tell us everything what the hell is this max there was no eclipse scheduled today i believe you want i believe anything this week und damit noch mal herzlich willkommen zu life is strange episode 3 chaos theorie you which is not the i the i dulu Untertitelung des ZDF, 2020 Kate! I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. So, Chloe hat uns eine SMS geschickt, mitten in der Nacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spät ist denn das hier? Haben wir hier eh nur eine Uhr, wo wir kurz drauf gucken können? Nee, haben wir nicht. Schade. Na ja, gut. Dann müssen wir uns vielleicht noch mal kurz im Spiegel angucken. Äh, kurz... Okay, it's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Ja, wir haben Zeit. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Und gucken, was Chloe von uns will. Irgendwas will sie uns zeigen. Okay, this is scary dark. Let there be... Gut, was haben wir hier? Achso, ich dachte, das wäre eben hier ein ganz bekanntes Poster. Okay, hoffentlich erwischt uns jetzt keiner. Hey, can you come in here for a minute? Das ist Kate. Ja, gut. Wir sind ja eine gute Freunde. I better go meet up with Chloe. Und es hat auch jetzt hier... Ja, oh gut. Dana. Schauen wir mal, was sie will. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Ja, Victoria beschuldigen oder sie war deprimiert. Ich würde sagen, Victoria beschuldigen. Come on, don't blame yourself. There are other people involved. Like Victoria Chase. She definitely deserves a face punch for pimping that video. I didn't do enough to step up. Now it's time for serious payback. In other words, revenge. So what exactly are you saying, Max? Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist kompliziert. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. And I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Okay. Also Dana macht sich anscheinend große Vorwürfe, warum Kate sich umbringen wollte. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Ich bin mir hier. Das ist Stella. Okay, just want you to know. Was steht da noch? Danach ist unleselig. Oh, falsche Taste. so hauptgebäude das war ja darunter wenn ich mich jetzt richtig entsinne können wir jetzt einfach an ihm vorbei an den direktor oder so wie der da rummacht kommen wir da so gleich nicht an ihm vorbei wir versuchen jetzt einfach mal ja wie machen wir das jetzt okay acht nachrichten von chloe ich muss dir was zeigen trifft mich vor im campus schwing die hufe und zwar sofort und es ist jetzt sehr sehr spät ist es kurz vor zwölf und ja ich komme jetzt am direkter vorbei und hat uns auch geschrieben jo max ich muss ja noch mal sagen wie verdammt toll du heute mitte mit kate auf dem dach war sie ich stelle dir im 3d drucker des labors ein superheld kostüm okay ich würde ich gern mit dem mit einem abendessen und einem trip zum planet der affen bloß kein druck ehrlich danke wort und mein umhang muss heute ruhen ich verspreche dich der sprechen ich verspreche dich nachher anzurufen ok ok das war echt eine superaktion was sie gemacht hat also das sind echte helden so victoria was wir die alte ok das ist noch ein vortag das kennen wir ja noch bekannte nummer das ist ja das hatten wir auch ok jetzt muss ich gucken wir waren hier denke ich mal ja danke dass ich unsere blackware heldin umschwärmen durfte ich vermisse den klang deiner stimme wir sind sehr stolz also nutze es aus sagt bescheid wenn du hierher flüchten willst wir lieben dich maxi maxi so muss das ok es ist zu spät ich muss kurz auf die uhr gucken ok das ist wahrscheinlich noch vom vortag so haben wir noch werden ok jetzt müssen wir gucken so wie machen wir das jetzt hier müssen jetzt am besten so tun das sind wenig gar nicht gesehen und einfach dran vorbeilaufen ja das hat nicht klappt du musst dir besser sein als das du sollst nicht außer deinem dormitory sein du wirst das wissen ich bin entschuldigung prinsiple wells ich bin trotzdem entschuldig nachdem ich dachte kate würde heute heute gehen ich brauchte nur etwas air und space um zu gehen nein keine explanation zu sehen kate auf dem ruf dann zu sehen sie mit dir du hast sie gescheidt du hast sie gescheidt du hast vielleicht gescheidt Blackwell du hast sie gescheidt jetzt gehst du nicht kackig du gehst wieder rein du hast gute träume du hast gute träume großartig also wie kann ich über ihn zu treffen um zu treffen Chloe das ist jetzt die frage wie komme ich jetzt an ihnen vorbei ohne ohne dass er uns sieht gibt es eine andere möglichkeit hier irgendwie rauszukommen oh großartig er sah mich vielleicht könnte ich überrasen wenn er die dritte öffnen versuche wir mal was ich habe keine ahnung wie wir jetzt hier weiter verfahren können sonst kommen wir irgendwie so an den gestrück hier ist eine halverwand kommen wir vorbei soll vielleicht könnte so das können wir ja noch aus dem ersten teil aber wobei das ist doch die werkstatt ist jetzt nicht das wo wir den Wassersprenger angestellt haben hier kommt man nicht rein hm da gibt es auch irgendwie keine möglichkeit irgendwie was oh Kiste 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 ansehen haben wir was drin ja die können wir nur was ansehen nuts and bolts like my grandpa's garage ja hier gibt es wahrscheinlich nichts was wir irgendwie das haben wir hier ansehen ich weiß Samuel nicht silken scharfen also wer macht das oh großartig er sah mich vielleicht ich könnte vorbeigehen wenn er die dritte öffnen ja aber er hat die Tür ja nicht geöffnet er ist ja gar nicht reingekommen weil er entscheidend sein mit seinen Schlüssel abgebrochen ist wie kommen wir jetzt an dem reaktor vorbei das ist die frage wir versuchen mal was so ja so das war jetzt ein bisschen viel na ja zerlassen das ist äh ja zerlassen ja ah gotcha now why won't they these keys are all broken or maybe it's me max the ninjas das hat er geklappt so jetzt gucken wir mal wo ist die chloe booyah get it booyah like i'm a scary punk ghost more like a scary punk asshole hey chloe i didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof i don't think i need you to prank me tonight k okay sorry but you absolutely balls to the walls did save your friend kate saved herself i couldn't even use my power my head felt like it was being crushed then i had no clue what to say to her on that roof don't be so modest rockstar kate is alive because of you you obviously said the right thing and your badass power is going to save us all we just we need to connect the place and find out who almost killed kate we have to stop this from happening to anybody else oh yeah and somehow stop that tornado from wiping out arcadia bay right nicht lustig chaos theorie hoffentlich didn't you say that it was all about chaos theory i don't see any control over this chaos oh right except for your ability to oh yeah manipulate time and space no biggie chloe i just feel weird about some of my decisions especially after i see the results and then it's too late to rewind dude do not even torture yourself like that let's focus on looking for clues okay kate rachel hmm begin more of rachel we need to find out more about who rachel was involved with around here she was able to blend in with everybody even with people i hated and even though i don't know her it feels like rachel is guiding us to the truth fuck the truth i just want to find my friend right now it scares me to think where she could be do you think she's yeah lebendig wohlauf oder tot wohlauf kicking it in los angeles that would be the best case scenario she wouldn't leave without me okay and how often do missing girls turn up we have to find rachel soon we have to i promise you we will like you said it's time to start the search for clues now tell me what's your secret drum roll please i present the spare keys to blackwell thank you step prick you are such a boss chloe i just don't want you to get into any more trouble look at all the trouble dropping in arcadia bay at this point who gives a fuck anymore we're in it to win it max lead the way i'm so glad you're my partner in crime as long as you're my partner in time insert grown here